Vamardha Padasana ist die halbe Beinheberstellung, mit anderen Worten, du hebst das linke Bein hoch. Vama, linkes Bein, Vama Padas, linkes Bein, Ardha Padasana, Padasana hieße, du hebst beide Beine und Ardha Padasana heißt halbes Padasana, also ein Bein heben und wenn du dabei das linke Bein hebst, dann ist es eben Vamardha Padasana. Gegenstück zur Vamardha Padasana ist Dakshinarda Padasana, also das rechte Bein heben. Manchmal sagt man auch einfach nur Vama Padasana, wenn du das linke Bein hebst und Dakshinarda Padasana, wenn du das rechte Bein hebst. Beide Übungen helfen die Bauchmuskeln zu entwickeln und auch die Koordination, denn du nutzt nur die Muskeln, die du brauchst und alle anderen hältst du entspannt.